Gut, wir sind wieder im Thema Stochastik. Wir hatten uns mit dem Modalwert beschäftigt. Nochmal, Statistik ist jetzt im Moment unser Thema. Wir beschäftigen uns im Moment erstmal mit, was war die Uhrliste. Das haben wir aber alles schon in einem anderen Video. Wer das nachlesen will oder sich anhören will, uns damit beschäftigt. Und Stochastik als Oberbegriff heißt aber letzten Endes die Kunst des Erratens, was wird sein. Wir hatten uns den Modalwert angeguckt und haben gesagt, Modalwert, Achtung, der trifft keine qualitative Aussage. Es ist also kein Verdienst in Wismar geboren zu sein. Genauso ist der Satz, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, in meinen Augen der größte Blödsinn. Denn wer kann was dafür, wo er geboren ist? Und warum soll man stolz auf etwas sein, wo man keine Leistung für abgegeben hat? Solche Dinge alles. Und wir haben uns den Modalwert auch mal angeguckt, wenn wir den mal versuchen auf qualitative Aussagen. Also Qualität heißt, wie gut etwas ist und Quantität heißt, wie viel etwas ist. Hier ist es eine qualitative Aussage, denn die Noten 1, 2, 3 bis 6 sind Ausdruck, wie gut jemand war. Hier haben wir eine Klasse, da haben absichtlich welche eine 6 geschrieben. Absichtlich, um den Lehrer zu ärgern. Und wir haben einen Durchschnitt der Klasse dadurch, wegen der vielen Sechsen, von 2,6. Haben aber überwiegend richtig schöne Leistungen. Der Durchschnitt sagt uns also auch nicht immer das Richtige aus. Deswegen brauchen wir verschiedene Dinge, um in der Statistik wirklich sagen zu können, jetzt kann ich auch eine qualitative Aussage nehmen. Und kann sagen, jawohl, so macht man das. Und wir haben genauso den Modalwert nochmal auf ein anderes Modell angewandt. Auch hier ist der Modalwert zwar 3, aber so, das passt gar nicht mit 2,5 zusammen. Die beiden weichen voneinander ab. Deswegen beim Modalwert bitte vorsichtig sein. Wenn jemand mal das Wort hört, arithmetrisches Mittel, dann heißt das errechneter Mittelwert. Errechnet. Arithmetrisch heißt eigentlich errechnen. Dann bedeutet das nichts weiter, als den Durchschnitt zu errechnen. Wir kommen jetzt zu einem anderen Wert und zwar zu dem sogenannten Median oder Medianwert. Ach mein Gott, was schreibe ich dann? Median. Da müssen wir erstmal klären, was das ist und dann wissen wir viel besser damit umzugehen. Median. Das ist ein sogenannter mittlerer Wert. Was mittlerer Wert? Wir hatten doch gerade eben Mittelwertdurchschnitt. Median funktioniert ein kleines bisschen anders. Ein anderes Wort. Wir suchen jetzt mal andere Worte, die mit Medi zu tun haben und die schreiben wir uns dann mal auf. Wir haben jetzt hier verschiedene Worte, die alle mit dem Wort Medi irgendwie beginnen, genommen. Und zwar ein Mediator ist einer, der sich zwischen zwei Streithähne zum Beispiel stellt. Der sich dazwischen stellt. Medi-terran bedeutet, ich habe es extra auseinander geschrieben, man schreibt es normalerweise zusammen. Wenn ich hier zum Beispiel Europa habe und hier Afrika, dann ist das mediterranes Gebiet zwischen den Erdteilen. Also das Mittelmeer hier. Das ist, man sagt auch mediterran. Mediterranes Klima. Ein Klima, was nicht ganz so kalt ist wie Europa und nicht ganz so heiß wie Afrika. Da sagt man zum Beispiel mediterranes Klima dazu. Wenn ihr mediterran hört, dann heißt das zwischen den Erden. Terra die Erde. Zu Medien. Ja, die stehen zwischen uns. Nämlich zwischen dem, was passiert ist und denen, die wissen wollen, was passiert ist. Da stehen die dazwischen. Medien. Und der Mediamarkt ist auch nichts weiter als einer, der Medien verkauft. Nämlich immer zwischen dem einen und zwischen dem anderen. Hier gibt es eine Frage. Jetzt kommen wir mal zu der qualitativen Geschichte. Median. Also als Bestandteil. Median. Ich könnte auch so machen. Medianwert. Wenn man das Wort so sieht. Medianwert. Dann ist das gleiche gemeint. Median. Wie bestimmt man den? Wie errechnet man den? Ich habe hier mal ein Beispiel genommen. Das war ein Klassenspiegel einer Klassenarbeit. Und wenn ich da den Durchschnitt jetzt ausrechnen würde, käme ich auf einen Durchschnitt von 3,2. Jetzt gucken wir uns mal an. 3,2. Hm. Was hat jetzt die ganze Sache mit dem Median zu tun? Wir werden gleich sehen, was der Median macht. Wir gucken uns das mal so an. Median. Wie ermittelt man den? Das wie geht so. Erstens. Wir ordnen die Zensuren nach Häufigkeit. Ordnen. Nach Häufigkeit. Mit der Häufigkeit, das kennen wir schon ein bisschen vom Modalwert. So. Und zwar. Jetzt gucken wir einfach und sagen, wo sind die meisten Zensuren? Aha. Achtmal zwei. Also eine zwei ist achtmal aufgetreten. Eine sechs ist viermal aufgetreten. Eine drei dreimal. Eine eins zweimal. Eine vier zweimal. Und eine fünf einmal. Hm. Jetzt haben wir das gemacht. Was hilft uns das? Im Moment noch nicht viel. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt zählen wir mal, wie viele Schüler sind das? Das sind, blablabla, acht plus vier plus blablabla, sind 20 Schüler. Und mit diesen 20 Schülern machen wir folgendes. Jetzt malen wir einen Strich, zweitens, Strich, welcher 20 Schülern entspricht. In diesem Fall 20 Schülern entspricht. Hätten wir 21 Schüler, müssten wir einen Strich länger machen. Und das macht man in diesem Fall mit Kästchen. Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig. Jetzt ist der Strich so lang. Jetzt sagt man, wie viele Zweien hatten wir. Ich mache das mal so. Hier die Zweien. Jetzt kommt das. Jetzt sage ich, zwei, vier, sechs, acht. Von hier bis hier, das sind die Zweien. Zweien, schreibe ich mal hin. Jetzt die nächsthäufige Art. Die mache ich jetzt mal grün. Jetzt sage ich, das sind vier Sechsen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommen drei Dreien. Also das waren Sechsen. Jetzt kommen drei Dreien. Die mache ich mal Aubergine. Bis hier. Dreien. Jetzt kommen zwei Einsen. Die mache ich mal knallrot. Rot. Achso, die Aubergine muss ich noch einmalen. Jetzt kommt Rot. Das waren nur zwei Stück. Von hier bis hier. Jetzt gucke ich und sage, zwei Vieren. Die mache ich jetzt mal orange. Zwei Vieren. Achso, die Roten waren die Einsen. Und zum Schluss habe ich eine Fünf. Und die mache ich jetzt hellgrün. Fünf. Jetzt habe ich das alles so geordnet und habe mir das grafisch klar gemacht. Und jetzt kommt es. Und jetzt nehme ich genau die Mitte. Jetzt kommt der dritte Schritt. Mitte nehmen. Und zwar die Mitte des Striches. Mitte des Striches nehmen. Und die Mitte ist bei 10. Also hier. Hier ist der Median. Na, jetzt müssen wir darüber diskutieren. So, jetzt haben wir das mal durchdiskutiert. Und zwar. Eine Klasse, die sowas zulässt, dass 4 plus 1, also dass die Leute hier, dass die durchfallen. Obwohl sie gute Leute in der Klasse haben. Die zeigt letzten Endes, dass sie die Leute erstens nicht ermahnen, aufzupassen, zweitens denen aber auch nicht helfen. Und zu sagen, komm, wir setzen uns heute Nachmittag mal hin. Ich zeige dir mal, wie das geht. Das ist eine Klasse, die besteht aus einem guten Feld und einem sehr schlechten. Die anderen können Pech gehabt haben. Das kann durchaus sein. Aber wenn die den anderen nicht helfen, dann ist die ganze Klasse nichts wert. Kann man in diesem Fall direkt ablesen. Deswegen dieser verrückte Median, nämlich Sechsen, so viele. Und da zeigt der Median hin. Der zeigt immer in die Mitte des Striches. Medi, wir wissen ja, genau in der Mitte. So, und die Mitte des Striches nehmen, heißt dann, entspricht also Median ablesen. Das ist es. Ein anderes Beispiel, weil das ist hier ein denkbar drastisches und böses Beispiel. Wir nehmen mal eine andere Klasse. Und zwar, die hat folgenden Durchschnitt. Ich mache mal kurz Pause. So, jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Eine andere Klasse. Und zwar, so ist der Notenspiegel. Durchschnitt können wir gleich nochmal ausrechnen. Und wir machen folgendes. Wir ordnen wieder. Wir sagen, okay, die Zweien kommen zuerst. Da habe ich zwölf Stück. Machen wir das wieder so. Blau hier. Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Stück. Das sind die Zweier. Jetzt kommen acht Einzer. Zwo, vier, sechs, acht. Das sind die Einzer. Und jetzt kommt hier in grün. Zwei, drei. Und jetzt kommt noch die letzte. Die mache ich mal hellgrün. Die sechs. So, Median. Jetzt gucken wir. Drei undzwanzig. Die Hälfte sind zwölf und halb. Also zeigt der Median hier hin. Was hat man gesagt? Zwölf und hier. Hier zeigt er hin. Jetzt gucken wir uns mal die Klasse an. Und werten das mal aus. Und sagen, der Median liegt bei eins. Sogar. Obwohl mehr, mehr Zweien dabei sind. Der Median liegt trotzdem bei eins. Warte mal, stimmt das überhaupt? Ach, zwölf und halb. Elf und halb. Entschuldigung. Elf und halb. Hier. Der Median liegt bei zwei. Da ist er. Pardon. Die Hälfte von 23 ist 11,5. Da zeigt er hin. So. Und der Median liegt also bei zwei. Jetzt gucken wir uns die Klasse an. Jawohl. Das sind wirklich richtig gute Schüler gewesen. Die haben das richtig gut gemacht. Die haben es vielleicht nicht ganz gepackt. Deswegen die Sechs, die hier hinten ist, das ist ein sogenannter Ausreißer. Sagt man auch dazu. Ausreißer. Der reißt aus. Der haut ab. Der fällt raus. Wir kommen dann noch ganz genau dazu, was das richtig bedeutet. Der Ausreißer selber hier, der fällt hier nicht weiter ins Gewicht. Das kann ja mal passieren, dass einer einen totalen Blackout hatte. Oder weiß der Kuckuck was. Aber der fällt nicht weiter auf. Die Klasse ist gut. Ich mache mal Pause. So, mal ganz schnell. Wenn ich den Durchschnitt ausrechne und sage 1,7. Ich weiß hier, die 7 ist schon fast zu viel. 1,69 vielleicht. Das ist jetzt hier Quatsch. Eigentlich ist die 7 zu groß. Aber der Durchschnitt ist 1,7 und passt mit dem Median zusammen. Dann haben wir wieder Glück. Jetzt sagt uns der Median aber immer noch nicht so richtig, was es ist. Hier sagt er, das ist eine gute Klasse. Das stimmt auch. Das funktioniert. Hier ist der Median. Hier passt er mit dem Durchschnitt zusammen. Aber es gibt noch einen Teil, den wir betrachten müssen, wo wir die Wirkung des Medians noch besser sehen. Wir machen jetzt eine Übung und zwar werden wir mal sehen, wie der Median sich wirklich, wo der Median sehr vorteilhaft ist und wo wo man dann sagt, Mensch, verdammt noch mal, wenn ich das eher gewusst hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich zugeschlagen und hätte mir so ein Ding gekauft. Wir nehmen mal an, auf Amazon kann man ja Kundenbewertung hinterlassen und es haben erst drei Leute bewertet. Und zwar, einer hat 5 Sterne gegeben, der findet das Ding wirklich toll, was er da gekauft hat. Einer, dem gefällt die Farbe nicht, aber ansonsten findet er das auch gut. Der gab 4 Sterne. Und dann kommt einer und das war ein Irrtum. Der schreibt einen Text von 5 Seiten und findet das Ding super toll und denkt, eins ist das Beste und gibt nur einen Stern. Also das war ein Irrtum. Ermittelt mal daraus den Median aus diesen drei Werten. Denn, wenn ich den Durchschnitt hier raus errechne, ist der Durchschnitt 3,3 Sterne und das sieht nicht gut aus. 3,3 Sterne sieht dann bei Amazon so aus. Dann habe ich hier einen Stern, noch einen Stern und dann noch so ein halbes verkrickeltes Sternchen dazu und gegenüber 5 Sternen sieht natürlich das jämmerlich aus. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Da sagt jeder, jawohl, wurde gut bewertet, aber so ach, 3, 3,5 Sterne, das sieht jämmerlich aus dagegen. Das ist schlimm. Das heißt also, der Verkäufer wird ein Problem haben, wenn es einen ähnlichen Artikel mit 5 Sterne Bewertungen gibt, sein Ding loszuwerden. Ermittelt mal den Median, aus diesem verrückten Umstand. Einmal 5, einmal 4 und einmal einen Stern. Obwohl es gut gemeint war, weil das ja nur ein Irrtum war. Das wird ein bisschen zu schwer. Wir nehmen mal 2. 2 mal 5 ist besser. Ich hatte mich hier auch verguckt. Wir nehmen 2 5 ist besser. Wie man dann eine Unterordnung trifft, ist eine andere Sache. Machen wir dann später. Also, 2 mal 5. Pardon, ich hatte mich verschaut. Und jetzt mal daraus den Medianermittel. So, jetzt haben wir das mal ganz schnell gemacht. Und zwar, 5er, 4er, 1er. Jetzt kommt ein Unterordnungskriterium. Weil wenn, ich könnte ja auch die 1er hier hinmalen. Und dann käme ich nämlich ein bisschen mit dem Median in Bedrängnis. Der Median liegt genau zwischen 4 und 5. Also, sagen wir 4,5 dazu. Das ist der Medianwert. Weil er genau dazwischen liegt. Das kann manchmal passieren. Dann müssen wir nämlich den Durchschnitt aus diesen beiden wählen. Das ist der Median. Und jetzt kommt es. Das heißt, ich muss mein Kriterium so ordnen, dass ich erst die Häufigkeit hinmale. Und wenn ich gleiche Häufigkeiten habe, dann das qualitativ Bessere voranstellen. Und dann kann man auch den richtigen Median ausrechnen. So, hier raus folgt. Jetzt müsste die Amazon-Bewertung nämlich so sein. 1, 2, 3, 4 und ein halber Stern. Das machen die dann auch so. Das sieht wesentlich besser aus als 3,5 Sterne. 3,5 Sterne lässt die Leute immer sagen, ach nee, das kaufe ich nicht. Leider macht es Amazon nicht. Könnte man mal vorschlagen. Das würde manchem Artikel gut tun. Denn, das hier, das ist, dieser Irrtum, ist wieder so ein Ausreißer. So, und jetzt merken wir uns was. Der Median ist ausreißerrobust. Aber vorher müssen wir uns noch was anderes merken. Denn, das haben wir hier gesehen, ich hätte die 1 auch hier hinschreiben können, dann hätte ich als Median 3 rausbekommen. Wenn ich die 1 hier vorne hingeschrieben hätte, dann geht es so. Also, das Ordnen, das sieht man hier raus. Ich beziehe mich noch mal hier auf dieses Ordnen, also das Hinmalen, den Strich, 20 lang, und dann geordnet hinschreiben, das Ordnen. Ordnen. erstens nach Häufigkeit, das zählt über alles, nach Häufigkeit, und zweites Ordnungskriterium ist die Qualität. dann haben wir es. So geht es. Und, noch was, jetzt müsste es besser, jetzt müsste man es besser sehen. Die Ausreißer, die machen den Medianen nicht kaputt. Man sagt auch, der Median ist Ausreißerrobust. Ist robust. Robust heißt widerstandsfähig gegen Ausreißer. Median ist robust gegen Ausreißer. Das ist das Schöne dabei. Mit dem Modalwert kämen wir hier wahrscheinlich ganz anders. Da würden wir sagen, der Modalwert ist 5 Sterne. Das stimmt aber gar nicht. Denn der wirklich richtig gehandelt hat und gesagt hat, nö, ich gebe 4 Sterne, weil mir was anderes vielleicht nicht gefällt, der würde dann total rausfallen. Und der mit dem einen Stern, wenn er wirklich kein Irrtum verfallen wäre, dann würde der auch nicht auffallen. Also Median geht auf jeden Fall. Modalwert würde uns das total verderben. Das wäre falsch. So, wir werden uns also noch mehr mit solchen Medianen und ähnlichen Werten und Übungen damit beschäftigen, wo wir merken, dass der Median robust gegen Ausreißer ist. Aber unterm Strich frage ich euch, was haltet ihr von Statistik? Die Welt! Das sage ich auch.